Ja, Halldi, hallo Hallöle, willkommen zurück zu Minecraft, Minecraft Und ich, wie in der letzten Folge am Ende gesagt, muss ich mich um meine Muku-Farm kümmern So, ich werde die jetzt noch einmal fortpflanzen, wenn die dann alle ausgewachsen sind Dann versuche ich die irgendwie zu mir, also zumindest zwei Kühe irgendwie bei mir hier nach oben zu schleppen Dann, damit ich die auch da habe, damit ich nicht immer so weit laufen muss Ich weiß auch gar nicht, warum ich das damals hier gemacht habe Kann ja nicht sein, ich weiß noch gar nicht, wie lang das hier schon geht Hallo Kühe Na, seid ihr rallig? Jetzt bin ich reingeflogen, das war unklug, aber naja Na, hehehe, ok Habe ich euch verarscht, jetzt habe ich noch eine Kuh, ok Dann nicht Dann nicht, ne, so nicht, mein Freundchen Beim nächsten Mal, ähm Das ist eigentlich eine Idee, ich könnte mir hier so einen Weg graben Das mache ich, komm Ja, das machen wir Wir graben uns einen Weg, damit die Kühe uns hier folgen werden Ich brauche eh den ganzen Dirt, von dem her Den nehmen wir mit Ja, das machen wir Das ist zwar richtig unnötig und dumm Aber das machen wir Ich werde sowieso irgendwie Aber ich will den Dirt jetzt eher bauen Naja, dann haben wir es zumindest Ich verspreche euch Ah, ich habe kein Ich bin doch auch dumm Okay, dann bereiten wir das erstmal so vor Okay So Na, ich brauche den ganzen Dirt Ah, meine Schafel ist auch gleich am Arsch Okay, das war's Das war eine dumme Idee Aber vielleicht kann ich sie da so irgendwie durchlocken Das war eine richtig dumme Idee Aber egal Okay, ich mache mir jetzt erstmal neue Ausrüstung Das ganze Eisen müsste ja im Moment eigentlich schon geschmolzen sein Das heißt, hier wächst noch ein Kaktus Okay So Okay, okay, okay Ich baue mir hier dann schon mal eine Farm vor Irgendwie Ah, ja Ich muss Das Huhn muss Ja, es tut mir leid Du bist zwar mein Anfangshuhn Aber Ich kann das so nicht So einfach nicht lassen Weil das muss hier jetzt alles überdeckt werden Tut mir leid, Huhn So Das nehmen wir mit Wir fangen jetzt mit Veränderung an Veränderung So, das werden wir auch noch Zack Zack Das wird nicht zurückgelassen So Den will ich auch noch haben Den Unterwassersee könnten wir theoretisch lassen Den lassen wir Okay, hier geht es schon gleich mal los Hä, was ist mit Inventory Tweaks los? Funktioniert wohl gerade irgendwie nicht Aber hier kommt dann meine Muku Farm drauf Ja Hier kommt die Muku Farm drauf So Hier machen wir erstmal so zu Bereiten wir mal alles vor Dann gehen wir uns gleich noch ein paar Werkzeuge erstellen Ordentlich Erde abbauen Und dann Ja, dann tut sich das eigentlich irgendwann von alleine Dann machen wir uns eine schöne Kuh Farm Mit schönen Kühen Ach Ach, ich brauch dich Warum Warum Renn ich eigentlich nicht So Zack, 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 zack Zack, zack Zack, zack, zack So Jetzt erstmal pennen Dann mache ich mir Werkzeuge Dann hole ich mir noch mehr Dirt Und Dann ziehe ich meine Farm um Ja So, jetzt machen wir erstmal neue Werkzeuge Mhm Und ich will einfach mal, dass Dass mein Huhn hier ein Ei legt Komm schon, du Huhn Du Huhn So Ja Ich weiß nicht Ah, hier 40 Eisen Wunderbar Können wir zum restlichen Eisen machen Jawollah Über ein Steak Eisen Das ist geil Du Huhn legt ein Ei Warum legt das Huhn kein Ei Was mache ich falsch Habe ich irgendwas falsch verkabelt So, die Sticks habe ich noch dabei So, vier Zack, 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 zack Und So Komm, machen wir uns Zwei Schaufeln Zwei Spitzhacken So Ah, das Rest lassen wir mal Ne, ich lasse den Rest nicht dabei Pack den wieder mal in die Kiste So, den Bogen Pucken wir hier hin Gunpowder Chicken Essen Und dann holen wir uns Erde Am besten holen wir uns die Erde von den Kühen Ja, das wird dann schön Das wird Hier, was mache ich Alles voll Alles voll mit Erde Und irgendwann brauche ich dann nur noch einen Mit der verzauberten Spitzhacke Ich habe 27 Level Wenn ich die noch irgendwo ablegen könnte Schade, dass das nicht geht Schade, schade Dass das nicht geht Schade Schokolade Hm Man war so ziemlich schnell Habe ich die ganzen Level angesammelt, ne Ja gut Ich bin ja auch ein paar Mal gestorben Demandscharfe könnte man es auch machen Demandschwert 7 Diamanten Aber ich warte erstmal, bis ich mir eine komplette Diamantrüstung leisten kann Und dann mache ich mir daraus Dann mache ich mir daraus keine Rüstung, sondern Werkzeuge Werkzeuge sind viel wichtiger Eisenrüstung reicht vollkommen aus Könnte ich genauso verzaubern Naja, ich wollte ja eigentlich Eigentlich will ich die Kühe transportieren Nee So Das machen wir auch Hier durch den Berg einmal durch Ja Hier gehen wir den Kühen durch den Berg durch Sehr gut So Ja Okay Okay Das ist eine richtig dumme Idee Eigentlich So Milch zu bauen Aber Warum eigentlich nicht Da kann man sicher mal Hoffentlich mal irgendwas schönes draus machen Wir werden sehen Was daraus wird Irgendwann mal Im Laufe dieser Eine Million Folgen Die ich hier noch bringen will Da ist die Kiste Die stellt mir ein bisschen Weh gerade Aber ist auch nicht schlimm Auch mit Eisenschaufel Lässt sich das so Einfach abbauen Das ist voll geil Ah, das macht mich geil Das macht mich hier geil Ey Macht mich hier geil Ja Wunderbar Ah, da sind wir schon Fast durch Ich muss ja nur irgendwie den Also Wenn ich die da irgendwie hochbekommen Dann bin ich der King Wirklich jetzt Wie soll ich die da bitte hochbekommen Das wird Ein Ding der Unmöglichkeit werden Die da hochzubekommen Ohne Dass irgendwie einer an der Seite runterfällt Oder so Aber ich versuch's trotzdem So Jetzt machen wir hier Nur noch schön Ja Das passt eigentlich So Das kann ich hier nicht so lassen So Ja komm Nehmen wir halt kurz mit So Hier machen wir noch ein bisschen Okay Schön Inventory Twix Tut doch sein bestes Ja Wunderbar 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 Ich höre immer diese Creeper Geräusche irgendwie Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ob ich den Sound einfach irgendwie zu laut habe Oder Ist wirklich irgendwo ein Creeper Ist irgendwann Ist wirklich ein Creeper Wer macht das denn die ganze Zeit Und ich drehe hier voll am Rad Ich weiß auch nicht warum ich hier so Terraforming betreibe Nur um da oben Es ist nicht mal grün Aber es wird noch irgendwann grün Wenn ich irgendwann mal Eine Spitzhage mit Silk Touch habe Und eine Schaufel mit Silk Touch Das wäre schon geil oder Das wäre geil Und deshalb Beendet ich an dieser Stelle die Folge Lasst einen Daumen oben nach oben da Wenn euch diese Folge gefallen hat Zeigt das Video euren Freunden Ja und abonnieren nicht vergessen Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder Bis dahin wünsche ich auch noch Schönen Tag Viel Spaß Und tschüss mit euch Und ciao